Die Formel E unterwegs auf großer Weltreise. 16 Rennen auf drei Kontinenten stehen in der 10. Saison der Elektroweltmeisterschaft auf dem Programm. Natürlich zählt Monaco zu den absoluten Highlights im Rennkalender. Hier gastiert die Formel E schon seit 2015 und inzwischen fährt sie sogar auf dem traditionellen Grand Prix Layout. In Europa geht es zur Sache, in Übersee aber ganz genauso. Da der Rennkalender relativ kompakt gestaltet ist, braucht es natürlich eine gute Logistik. Und hier kommt die Highlands Spiel, seit Tag 1 der offizieller Logistikpartner der Formel E. Die Planungen für eine neue Saison beginnen meist schon im September des Vorjahres. Und die Logistik, das kann ich sagen, die hat es wirklich in sich. Denn alle Rennautos und das komplette Equipment werden entweder per Schiff, per Frachtflugzeug oder auch per Trucks von Rennen zu Rennen transportiert. Wir haben mal den Taschenrechner ausgepackt und nachgerechnet. Mehr als 380 Tonnen Material werden von Rennen zu Rennen geliefert. Und wenn wir sehen, dass die Saison 16 Rennen umfasst, dann sprechen wir von insgesamt 98.600 zurückgelegten Kilometern. Im Gepäck hat die Formel E 25 Rennautos samt sämtlicher Ersatzteile, 2 Medical Cars, 7 bis 10 Batterien, 13 bis 17 Ladestationen, das komplette Equipment für die TV-Übertragung und, und, und. Bei den Europa-Rennen wie in Berlin oder hier in Monaco kommen Trucks zum Einsatz, um die Autos und das ganze Equipment von A nach B zu liefern. Bei den Überseerennen, da kann die Zeit natürlich mal ein bisschen knapper werden. Und da setzt dann DHL auf Frachtflugzeuge, um die Autos und das Equipment eben von Rennen zu Rennen zu transportieren. Das alles passiert in diesen speziellen Transportboxen, auf die ich gerade sitze. Und ihr seht schon, die sind sehr kompakt gestaltet, um hier alles, das komplette Equipment für die Rennautos und auch die Kommandostände unterzubringen. Nachhaltigkeit spielt natürlich eine große Rolle in der Formel E, das ist bekannt. Und bei DHL gilt das ganz genauso. Die wohl größte Herausforderung bei der Logistik ist der Transport der Batterien. Denn dabei handelt es sich bekanntermaßen um Gefahrengut. Auch die Bürokratie spielt natürlich eine große Rolle. Denn oftmals dauert es sehr lange, bis Genehmigungen ausgestellt werden. Und wir haben sogar gehört, dass die eine oder andere Genehmigung erst wenige Tage, bevor die Formel E in einem Land anreist, dann auch final ausgestellt wird. Aber zum Glück hat bisher noch immer alles ganz gut funktioniert. Die Mitarbeiter von DHL, die reisen oftmals schon lange vor dem jeweiligen Rennen in das entsprechende Land, um sich um die bürokratischen Herausforderungen zu kümmern. Das ist so ein bisschen wie bei der Rallye, wo die Rennfahrer ja auch eine sogenannte Racky bestreiten, um die Strecke schon mal vorher abzufahren. Das alles bedeutet natürlich noch mehr Reiserei. Und ich kann sagen, die Jungs hier, die sind sowieso schon ganz schön viele in der Welt unterwegs. Da bleibt natürlich nicht viel Zeit für Freunde und privates Leben. DHL weiß das zum Glück und achtet auf die mentale Gesundheit, lässt in Schichten arbeiten. Und da sagen wir ganz klar, Daumen rauf.